okay aber ich wollte eigentlich mal zur krankenstation und ich muss noch so viel zu tun ach man noch mehr ich bin nicht interessiert Ah Shepard, wir waren einfach... bist du okay? ich bin gut, Rex, du kannst du relaxen kannst du zu bemerken, oder nicht in den Zollerien Doktorus dieser ist anders ist er? was ist das? simple blood test was kind? kind enden die Genophage far less painful than tissue sampling du kannst ihm vertrauen, Rex du kannst ihm vertrauen, Rex du kannst ihm vertrauen Solerians haben Minds wie ein Maze du wirst nie wissen, wann sie dich in eine Trämpfe Trämpfe? Eves hat mein Verlust gegeben ich würde nie über sie wussten, wenn nicht von mir das war dann aber sie ist weg jetzt und wenn sie verletzt wird, werde ich es fühlen verstehst aber meine Patientin, meine Verantwortung ihr Wettbewerb eine Priorität ich werde nicht ermöglichen, dass sie von jemandem kompromisieren werden ha 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 du hast einen Quad, Doktor keep her safe unsere Frauen haben genug jetzt habe ich Arbeit zu tun preferre Frauen von der Spezies interessant danke 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 für meine Leben ich glaube nicht dass Krogan noch keine Allianz in der Galaxie wir haben viel zu dir selbst wenn die meisten Leute das vergessen haben sie können verabschieden unsere Aktionen haben gar nicht inspiriert Freundschaft ein Teil der Freundschaft ist zu kennen ich fühle mich schlecht dass ich dich nicht nicht aber vielleicht ein Tag wenn das vorbei ist kannst du es wissen ich wusste nicht, dass die Krogan jungen Schamans hatte Wissen kommt aus der Angst und die Genophage hat uns sehr wunderschön stattdessen zu Entschuldigung ein paar von uns haben uns die älteren Wälder wir unsere Kultur unsere Wissen unsere Geheimnisse unsere Geheimnisse also wenn unsere Kinder wieder leben die Krogan wird fleißen wie wurden sie Schamanen? wie haben sie überlebt? wie haben sie überlebt? wie haben sie überlebt? nichts anderes als mein eigenes Herz um mich zu halten was hat sich passiert? ich habe das gefunden ein einfacher Kristall aber es wurde mein Schasel es wurde als Erinnerung Kommander in der schwarzen Zeit gibt es immer eine Weg weg da ist übrigens gar kein Gegenstand weil Bioware einfach zu faul war ein Modell zu machen klingt brutal ja das ist ein Brutal initiatio aber eine Illuminative Sie lernen die Licht überlebt leben in die dunkle wie hast du involviert in Malen experiment die anderen Frauen und ich wir haben gehört Malen versucht zu curieren die Genophage für Clan Werlock sind sie eine Rival-Clan? Rivalries sind die Invention der Mälen unter ihrem Tachanka hat in Ruins für über 1,000 Jahre es ist Zeit Females zurückgegangen und zurückgegangen unsere Zukunft Malen war die beste hope Would you go to Malen again? Absolutely It only takes one candle to light a fire and then the darkness is no more What do you think of Rex? When he's not trying to sire half of Tachanka he's the best thing that's happened to the Krogan but I won't tell him that his head's big enough already literally He's turned into a strong leader I know in his heart Rex wants what's best for us Though not all the other clans see it that way Do you think Rex will want revenge for the Genophage? Some clans will expect it but I hope Rex resists He understands the cycle of violence must end if Krogan are ever to have a voice in galactic politics Still he's just one Krogan If enough clans demand it he may not be able to stop them How has Morden been treating you? Better than Krogan males do He's not like a typical Salarian No, no, no Organ redundancy results in new period before metaphase Can't alter that damage to telomeres premature aging He does that But I sense pain in him too He told me about his work on the Genophage I should consider him an enemy Yet I think seeing my sisters and I changed something in him Asariborcha offspring have an allergy to Derry Well, it wasn't his ear Das war auch eine Gilbert- und Sullivan-Melodie, oder? Von Modern Major General auch, oder? Also das gleiche Lied, das er auch gesungen hat. In abgewandelter Form. Was hat sie aufgehalten? Wie sehen Sie, dass sich die Genophage verändert werden, nachdem die Genophage wird? Unsere Spezies finden ihre Balance wieder. Females werden helfen, die Zukunft zu verändern, wie in den Ärzten, vorhin waren wir nur Pawns von Power-Hungry Males. Die meisten sehen hellbenten, auf zu schießen, was sie falsch ist. Was ist noch da für sie? Weil der Genophage wird, sie werden Wandering-Killern, Sie ist halt auch mega interessant, muss ich sagen. Also, da hat Bioware echt was geleistet beim ersten weiblichen Krogana. Und ich glaube, sie ist die einzige. So, einmal tanken. Dann ab zur Citadel. Ich finde es geil, dass die Beschreibung von der Citadel immer noch behauptet, dass die... Ja, zum Krankenhaus. Dass die Zitterte von den Proteanern gebaut wurde, bzw. sie vermutlich von den Proteanern gebaut wurde. Obwohl wir es eigentlich besser wissen. So, wollte keiner noch irgendwas haben? Ja. 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 Sie haben es verdient. Ja. 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 Ja, also das, was du von dem Mann beschreibst, klingt nach einem Zombie. Sorry, aber das muss ich ernsthaft so sagen. Weil ich meine, wenn jeder an etwas an ein früheres Leben erinnern kann, noch neue Erinnerungen haben kann, an was hat man dann bitte noch? Hm, ich dachte, hier passiert noch was. Ähm, aber hier wollte ich noch hin. Hier gibt es ja meine Upgrades. Meintest das? Oh, hey! Hey! Ich glaube nicht. Ich habe ein paar Video-Fotage gesehen, von dir, zu Liara. Ähm, geht dieses Satz noch weiter? Sie ist auch großartig. Sie sollten mit ihr reden. Ja, ich glaube nicht. mit Cerberus, um die Reapers zu kämpfen. Und du bist nicht mit ihm jetzt. Ich weiß. Wenn du wärst, wirst du nicht mit einem Licht-Year von Liara sein. Ist das eine Gefahr? Ich bin nicht Kommando, aber ich habe ein Tausend Jahre gelernt, um zu kämpfen zu kämpfen. Keine Ahnung mit meiner Frau. Anyway, du kombinierst du sie mit Vanessia, und... Na, die Matriarchs vielleicht haben wir eine Hit, aber ich habe nicht bereit, einen Augenblick auf sie zu halten. Ich wüsste, dass du dich möchtest. Ja. Wir werden sehen, wie das geht. So solltest du es tun. Du wirst vielleicht nicht mehr lange die Gelegenheit haben. Der Bartender da oben? Der Matriarch, der von der Asari-Gewerbung, um meine Bewegungen zu vertreten. Was? Sie ist dein Vater. Ich weiß. Was? Ich weiß. Ich weiß. Ich bin eine sehr gute Information-Broker. Und du hast nicht mit ihr gesprochen, über die Spiegel auf dich? Wenn ich das getan habe, dann können sie jemanden, der mir nicht so sympathisch war. Außerdem, das ist kaum Zeit für die Familie. Liara. Oh, gut. Das ging schnell. Das ging schnell. ... 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